Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Xiaomi Poco X6 Pro 5G, ein Smartphone, das auf Amazon für Furore sorgt. Mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz in einem eleganten grauen Design bietet dieses Dual-SIM-Gerät eine beeindruckende Kombination aus Leistung und Stil. Lasst uns direkt in die Details eintauchen. Das Poco X6 Pro besticht durch sein High-End-Design und das doppelt geschwungene Gehäuse, das Kraft und Vitalität ausstrahlt. Besonders die gelbe Version mit ihrer Lederstruktur sorgt für einen kräftigen Touch. Das Highlight ist jedoch das neueste High-End-Flow-AMOLED-Display. Mit extrem schmalen Rahmen und einer ultrahohen Maximalhelligkeit bietet es ein Seherlebnis der Extraklasse. HDR-Inhalte sind bis zu 8x heller und der Kontrast ist verbessert, was zu noch beeindruckenderen Details führt. Die dynamische Anpassung des Displays an Video-Inhalte und Bildschirmhelligkeit sorgt für lebendige Details bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die 64MP Triple-Kamera. Dank der Kombination aus leistungsstärker Hardware und Key-basierter Bildverarbeitung gelingen großartige Fotos einfacher als je zuvor. Die intelligente Key erkennt Menschen und Haustiere und passt die Kamera automatisch an, um deren Bewegungen zu verfolgen. Der Motion-Capture-Modus reduziert Bewegungsunschärfe und der Serienaufnahmemodus ermöglicht es, 50 Fotos schnell hintereinander aufzunehmen. Neue Filter und Filmrahmen bieten zusätzliche kreative Möglichkeiten. Das 120 Hz AMOLED-Display sorgt für ein unvergleichliches Fernseherlebnis mit einer Auflösung von 1,5K und einer beeindruckenden Bildwiederholrate. Egal ob Spiele, Videos oder einfaches Scrollen, alles läuft flüssig und ohne Unterbrechung. Mit der 67W-Turbolade-Funktion ist der 5000-MAR-Akku in nur 42 Minuten von 0 auf 100% geladen. Der Mediatek Dimensity 8300 Ultra-Prozessor sorgt für außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz. Das Ultraweitwinkelobjektiv und das dedizierte Makroobjektiv eröffnen neue kreative Möglichkeiten. Schauen wir uns nun einige Nutzerbewertungen an. Mia schreibt, ich musste mir ein neues Handy kaufen, weil das alte sich nicht mehr laden ließ. Ich hasse neue Geräte, aber mittlerweile bin ich mit der Einrichtung und Personalisierung fertig und kann mich nicht beklagen. Besonders der Akku überzeugt mich hier, hält lange auch bei viel Nutzung und lädt super schnell wieder auf. Ute ergänzt, sehr schnelle Lieferung. Alles funktioniert. Dangaf lobt das edle Gehäuse und den schönen Look, während Coco einfach sagt, das Handy ist Hammer. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 Sternen und insgesamt 255 Bewertungen ist das Xiaomi Poco X6 Pro 5G definitiv ein Publikumsliebling. Zusammengefasst bietet das Xiaomi Poco X6 Pro 5G eine beeindruckende Kombination aus Design, Leistung und Funktionalität. Es ist ideal für alle, die ein leistungsstarkes und stilvolles Smartphone suchen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Handy seid, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um es auf Amazon zu kaufen. Ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.